Kill den Meilen Ja, mach das mal Ich geb Deckung Ah, drei Schläge Ja, wir mussten hinten aufpassen Goldi bei dir immer Wo seid ihr jetzt, ihr beiden? Unten, unten im Container Also rechts hinten wieder, alles klar Ja, da, okay Steh auf Goldi, komm Okay, rein ins Haus? Ja, da vorne rechts, ne, das Haus Bobby ist gepult, warte mal Na, ich glaub den soll Goldi mal nehmen, oder? Ne, der ist aber nicht wegen uns gepult Doch, doch Kommt jetzt auch von der Treppe von hinten Ah, ja Okay, dann rein ins Haus, oder? Jo Alter Oh, Alter, da ist... Alter Hab ich mich grad erschrocken Was ist das für ein Zombie, Mann? Der sah aus wie ein Player Litter, Zombie Sondern nicht Ah, du brauchst übel zu lange Geh mal ein bisschen zurück, dass wir rein können Vorsicht Ja, ich brauch nicht Ja, ich brauch nicht ganz so lange wie du mit dem... Du musst unbedingt... Nimm mal den Baseballschläger, schmeiß den mal weg oder so Ich geb dir gleich nen Hammer Ja, hier ist Instant Oatmeal Ja, hier ist Instant Oatmeal einmal Coconut Water Ja, Kokosnuss Wasser Warte mal, bevor du aufhebst Energy Drink soll nicht so gut sein, hab ich gehört Nö Soll irgendwie mehr Hunger machen als alles andere Warte mal, komm mal, komm mal her, Beck Nimm mal bitte den Äh, das ist... das ist auf jeden Fall besser als... Als alles andere Hammer ist rein Ess mal was Weil der Baseballschläger suckt übelst ab Bringt gar nichts Oh nee, bringt gar nichts Ich hab jetzt... ich hab jetzt ein Dings gegessen Geht dann hier raus, oder was? Jo Okay Ah, die AK ist nicht schlecht, ey, jetzt hat jeder Vollautomatik von uns Ah, der hat gar nicht getroffen, der Typ, ne? Oder hat der überhaupt geschossen? Ich glaub, der war eher in Schock Ich glaub, der war aber trotzdem eher im Schock-Modus, weil er grad drei Spieler gesehen hat Warte, lass mich mal machen, den einen Nimmt sich mal einer den anderen, ich nehm den anderen, Leute Ja, ja, komm mal her, komm in die Ecke Ja, warte dann Warte Nee, nicht rankommen, nicht rankommen, nachher haust du mich sonst Ah, der eine ist down, warte Warte Ist da hinten nix? Doch, doch, da war's Da hinten war bloß Wasser Beide down, alles klar, weiter geht's Da... kann man nicht rum, ne? Ne Ja, immer so schön im... Schutz des Hauses bleiben, ey Ich bin vorne an der Ecke Nach links ist, wie es aussieht Guck mal rechts rum Alles frei Dann ab hier rechts rum, oder? Vorne sind Zombies Vorsichtig, dass links nicht irgendwie Player um die Ecke kommen Ja, ich hab links gesichert Rechts ist auch nix Sicher nach hinten, ich sicher nach links Nach vorne sichere ich jetzt Weiter Pass auf, die Zuhörer ist, ne? Pass auf, die Zuhörer ist, ne? Lauf mal hinten lang 15 andere sind hier auf dem Server Ne 20, Mausi Ach, Vorschlag, Vorschlag, wir gehen rechts Da, wo ich hingucke, seht ihr das, wo ich hingucke? Das Gebäude, das dünne Ja, dieses große hier, wo's so hoch geht Ja, das rechts, das ist ganz hohe, da so ein bisschen teilweise Da sind jetzt 15 andere, wir sind ja schon vier, deswegen Ja, ja, dann sind wir 20, dann sind's aber 16 Ja, das... Weil 0, 0, nee, die 0 ist doch die 1, guck doch Die 0 ist normalerweise ein Spieler Ja Hier geht's nicht hoch, oder was? Ne Doch, hier hinten Ja, das ist hinten, den Hintereingang dann rein Wir sind hinten rein, ja Das ist nichts Kommt hier nicht hoch, oder was? Ne Geben wir mal Deckung, ich geh mal hinten lang gucken Hier ist nichts, ich geh mal einmal hinten Warte mal, warte mal, wir sind... Okay, ich sehe, wir sind wieder da, ist klar Ja, ich bin bloß der letzte Mann, ich passe schon auf Ja, ja Ja, ich guck nur trotzdem, dass du auch da bist Das ist halt alles Hier ist noch einmal Sodawasser Ja, Soda kannst du eigentlich liegen lassen Das einzige, was du aufheben solltest, ist Wasser Weil die Cola macht mehr Hunger Bringt halt gar nichts Antibiotika oder die Zulichter-Fankiller Ja, ich hab's aufgehoben Ähm, Kumpel hat auch gesagt, dass die Antibiotika das ganze Leben auffüllt Das komplette, ja, hab ich auch gehört Vorne rechts liegt noch was am Boden An dem Zaun, oder? Ne, liegt nicht, sah nur so aus Hm, Problem ist jetzt, wo wollen wir jetzt hin? Ja, hier Zum, rüber, rüber, über die, unter der Brücke durch Ja, und dann links Jemand ist, jemand ist in den Bereich gekommen Das Geräusch, was ihr jetzt gehört habt, dieses... Das bedeutet, dass... Ich hab nichts gehört davon Ja, das hab ich auch nicht gehört Jetzt schon wieder Dann ist er uns auch schnell Wer geht rechts mal in die Autos gucken, ich geh ins Gebäude Guck mal, Autos Ja, in den Autos Warte mal, bevor du ins Gebäude reingehst Zu spät, ich bin schon drin, sorry Das ist immer alles ein bisschen schnell Hopp Noch eine Anzeige jetzt auch wieder Komm Ja, ja, bei mir nämlich auch Deswegen, was denn? Hier ist Wasser einmal Ja, wir machen's ja immer fast Okay, weiter Jetzt wird's gefährlich, Leute Rechts ins Gebäude rein einmal Ja Da sieht's aus, als wenn keiner drinne ist Painkiller Arsch In-State or Meat Ja, dann pack ein Weiter geht's Hier ist jetzt erst wieder, wenn ich fast tot bin Ach shit, hier ist der Zaun zu Geh mal weiter nach vorne Ja Lass uns mal hier weg von dieser ekligen Fläche hier Ja, ja Geht's ein? Wieder zurück? Ja Am besten da jetzt in den Supermarkt, oder? Bei Parkville Ja, definitiv Ja, definitiv, da will ich hin Bin noch alle zusammen? Ja, okay Ja, ja, ja Alle immer noch da Das wird's rechts durch die Wand Ja Ich warte, bis Silver aufgeschlossen ist Bin da, bin da, bin da Ja, es ist trotzdem, wenn du gerade in Feuergefechts isst und wir sind ein bisschen weiter weg von dir, dann können wir dir nicht helfen Hier ist einmal Bag of Chips Hm Neck Aber Bag of Chips kann man ruhig essen, macht zwar nicht so satt, also nicht so extrem satt, aber Unten liegt auch was No, mal in-State Wo hat Mehl No, pack ein, pack ein Und nochmal Wasser Da vorne sind zwei Zombies Na, ich snack mit dem einen weg, warte mal Da sind sogar drei Ja, der eine ist Zwei empfohlt, ich zieh ihn mal hier zurück Ich nehm den einen hier Ja, schön geteilt So, down Ja, der Kollege ist auch weg Hopp Und der Mülltonne is nothing Hier sind nochmal zwei, drei Zombies auf der Straße Ähm, wir können hier rechts rum, sollen wir hier rechts rum? Warte mal, warte mal, ich guck erstmal Ja Ja Warte mal, ich guck erstmal Ja So ein bisschen über die Wand luchsen Sieht ruhig aus Warte mal Binocular mal nehmen Da sind Spieler Wo? Wo? Da, geradezu, ich feuer Nein, der, wo? Geradezu Wo, Bruder? Da kommt ein Zombie Ja, da, wo der Zombie hinläuft Die Zombies laufen aber zu uns gerade hier Ne, 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 die meine ich nicht Zu spät reagiert, ich hätte schneller feuern sollen Zwei Stück Zwei oder drei Zwei Zwei Warte mal, wenn sie das Ding ist, die können auch über die Autobahnbrücke kommen und da oben durch die Schlitze schießen, das ist halt scheiße Können sie nicht, weil sie sind auf der linken Seite Auf der linken Seite an der Hauswand Guck mal, da wo der Zombie steht Siehst du den? Ja Dann kommen zwei Pfeiler und dann kommt so eine Wand Zwischen den beiden Wänden waren sie Da hast du geschossen schon Alter Da hättest du warten können Das Problem ist, die werden uns jetzt umlaufen Ich muss mal eben was essen, ich bin fast fast leer, die Anzeige Das Problem ist, was machen wir jetzt? Rechtsrum Na, ich würde hinten rum gehen lieber und die gucken, wo die sind Weil du weißt genau, wie das ist mit den anderen Leuten, die wir einfach gelaufen lassen haben, wo ihr gesagt habt, nein, wir sind friedlich Hatten wir auch das Problem mit dem Ärger und dem Schusswechsel Lieber sofort suchen und töten, statt hier noch rumzueiern mit den Leuten Ja, dann jetzt los Das sieht doch so aus, als wenn sie in die Safe Zone wollen, dann lass mal hinten rum Also wo lang, rechts rum oder hinten rum? Hinten rum Okay, dann los, Leute, kommt Mal gucken, wo sie sind Scheiße, hättest du nicht feuern sollen, ey Weil ich hab die gar nicht gesehen, überhaupt nicht Keine von uns hat die gesehen Ja, nur du Guck mal links rum Frei Ja, das Problem ist, die werden rechts irgendwo sein Zombie-Agro? Ja, ja, ist kein Thema, warte Ja, komm, lass mal dann zurück, ey Dann hab ich auch keinen Bock mehr, ehrlich gesagt Jetzt nochmal die zu suchen Irgendwie, weiß ich nicht, ey Das ist mir dann doch zu Risk Na los, dann zurück Und das ist das Loch lieber rechts rum Weil, es muss ja nicht nur ein Spieler gewesen sein, es kann auch wirklich ein Zombie gewesen sein Da ist dann auch nochmal ein Zombie So geil, die Zombies zu hauen Die sind aber auch so hässlich Hier und rechts rum, ja Warte Sieht, sieht, sieht sicher aus Guck mal, da ist ein Zombie Ja, da sind keine Spieler mehr, glaube ich Wenn da welche waren Vielleicht hast du geguckt, ja? Ja Ja, also ich hab nichts gesehen jetzt, wo ich da rüber gegeiert hab Dann los Wo wollen wir längs, bei den Brückenpfeilern ein bisschen Hier, Parker, Parker will wieder rein Hier kommenden